hallo liebe freunde willkommen bei leute auch bei mir geht es los ich freue mich sehr und jetzt muss ich wieder wo ich muss töte rotö irgendwie wieder hinkriegen ich mache ganz schnell ich mache ganz schnell haarfarbe will ich nicht ich hätte gerne dunkles aber nicht zu dunkel so so die musik ist arsch laut so kopfbreite kopf körper hals länge brust wie immer die musik ist einfach zu laut für mich wartet ganz kurz wer ist franziska ja ich leute ich habe keine ahnung von irgendwas ich habe nirgendwo reingeguckt ich bin ja nicht bescheuert und speiler mich ich fange jetzt ganz alleine an ich bin so gespannt alle ohne scheiß und wir starten genesis ich kenn das nicht ich habe halt ein intro mal gesehen aber das war es dann auch schon dass er schon ja also ich habe mich nicht wirklich gespeilert ich bin auf jeden fall super aufgeregt meine cam ist aus ich dachte mir wir müssen das jetzt nicht tun wir chillen unser leben und gucken hier rein was hier passiert und was anderes interessiert mich gerade nicht außerdem muss ich gestehen ist sie aus wie ein schlumpf hallo ich bin hallo ich bin eine praktische persönlichkeit die das da ist sich zu fühlen wenn du auch nicht hörst dann wirst du auch nicht getötet vermutlich ich bin auch der steuer dabei jede landung nach der du aufstehen kannst ist eine gute nicht was 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 willkommen zur genesis simulation hier bist du in insgesamt fünf biomen getestet was jedes hat seine eigenen gefahren und belohnung was habe ich hier gerade schon agentar was gehört werde die ganze zeit bei dir sein was wenn du dich von einem biomen ein anderes teleportieren lassen oder ein paar der hexagons ausgeben möchtest die du für den abschluss von missionen erhältst was mit diesen missionen wirst du von der simulation getestet du zeigst damit dass du der ultimative überlebende bist doch zuerst gibt es einiges für uns zu erforschen was willst du von mir sie dir das neue mission menü auf deinem inventar bildschirm an was willst du von mir hln eine kann auch prüfen was kann auch prüfen kreaturen für sie was durch die freigabe das die extended info taste wenn warte ok das kennen wir alles mini hln a skin ok was bist du oh was das denn junge was ist hier ach du ahnst es nicht ach du grüne neune ah alle missionen ok mission ist derzeit verfügbar es geht um blau gegen rot das team das am ende des timers das höchste ergebnis hat gewinnt ok ähm äh äh ah ok biometheleportation hexagune tauschen arrival protokoll huch oh ja auch ich bin aber der meinung bevor ich hier irgendwas tue sollte ich mich hm erstmal omschauen ok ähm ich vermute mal das salmon ist so wie sonst auch? Oh, Junge, wo bin ich hier gelandet? Warte. Die Map. Okay. Hier soll es ja noch leicht sein, ne? Ist es da auch noch leicht? Okay, aber hier sind ja Stegos. Also sollte ja noch alles gut sein. Okay, warte mal. Ja, ich chill mal kurz mein Leben. Also, wir brauchen als erstes... Oh, hier ist es sehr düster. Warum? Es regnet. Weil es regnet oder was? So. Okay. Äh, wir haben fünf. Okay. Und ein Speer. So. Ähm, ähm, ähm. Okay. Oh, nee. Da ist ein Kentro. Die sind kacke. Oh, Junge, die Geräusche hier sind ja creepy. Kann ich auch nochmal Stein aufsagen? Äh, das ist kacke. Ich habe jetzt kacke mitgenommen. Ich wollte keine... Was ist das hier, Jo? Krass. Macht das... Halt doch mal die Klappiz jetzt. Macht das Sinn, dieses Spiel alleine zu spielen? Okay. Also, mein Plan ist es. Ähm, ich möchte sehr, sehr, sehr gerne, ähm, ähm, meinen Valgo Aero weitermachen. Und das mache ich auch. Definitiv. Also, Valgo Aero wird es weiterhin geben. Nur zu eurer Information. Ne, ne? Also, Valgo Aero gibt es weiterhin. Ich werde dieses, ähm, Arc Let's Play von Genesis definitiv, ähm, auch machen. Ich mache das aber alles so, ne? Also, mal gibt es dann... Also, was heißt mal... Also, ich möchte das gerne so machen, dass wir... Das wäre, ähm, ein Tag den, ein Tag den. So habe ich mir das Ganze vorgestellt. Und ich glaube, das sollte so in Ordnung sein. Ich muss aber sagen, mir ist das da unten einfach zu, ähm, klein. So. So. Das gefällt mir wesentlich besser. Wo bin ich hier gelandet? Alter Schwede. So, ich nehme mal ein bisschen hiervon mit. Ein bisschen Stein, ein bisschen Feuerstein. Und dann würde ich vorschlagen, wir gehen uns hier gleich mal ein bisschen die Gegend angucken. Kannst du mal bitte... Was ist das hier wieder, ey? So, äh, eine Axt. Eine Axt brauche ich noch. Und, äh, das S-Plus-Campfeier hätte ich gerne. Und die Fackel würde ich mitnehmen. Ich habe natürlich die Einstellung ein bisschen hochgedreht, weil ich habe nicht das Bedürfnis, äh, hier rumzuschlödern und, ähm, zehn Jahre an einer Stelle zu hängen. Das meine ich. Hier Stoff an Schuhe, können wir auch noch machen. Dann Herstellung. Dann brauchen wir noch den Hut. Für die Schuhe reicht es nicht, weil da brauchen wir dein Leder. Gut. Okay. Dann, äh, legen wir uns das mal dorthin und das legen wir uns hier hin. Das hier hin. Das sehen wir uns an. Ähm, die Stimberis brauche ich jetzt nicht. Bla, bla, bla. Das brauche ich jetzt auch nicht. Die Skins ist egal. Ich kriege die Skins eh alle wieder. Ist also Snurzpiep. Egal. Brauche ich nur einmal sterben für und dann ist gut. Äh, die Kacke nehme ich jetzt nicht mit. Ich esse mal zwei Bären. Und dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns doch mal um. Was bist du? Es ist... Warum ist es tot? Warum... Warum ist... Äh... Er rot? Okay. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal noch verstehen, worum es hier alles eigentlich geht. Ähm... Wie gesagt, ich habe mich null gespoilert. Nix, nix, nix und so. Tralala, wiederalala. So. Oh jo, die ganzen Geräusche hier. Ich bin ein bisschen nervös. Die Frage ist, wo fängt man an? Was macht man? Ähm... Bass? Bass? Bass, oder? Vielleicht nicht verkehrt. Also ich würde mir gerne... Ich weiß ja noch nicht so genau, ne? Ich würde mir schon gerne irgendwie was hinstellen. Ich will aber auch von oben alles... Ich will eigentlich alles sehen. Ich bin... Oh, geil. Die Pflanzen sind wunderschön. Hier ist Metall. Oh jo, ich dachte gerade, was kommt da? Ich bin gerade sehr glücklich und zufrieden. Gut. Äh... Level vergeben. Und ähm... Lass uns ganz kurz gucken. M-m-m-m. Speer habe ich freigeschaltet. Dann würde ich vorschlagen, wir machen gleich mal den hier, den hier, den sowieso. Och, kacke. Ich bin... Oh... So schlau. Gut. Aber ich will ja noch gar nicht sterben. Habe ich das Bett freigesch... Ich habe gar... Ich habe nichts, gell? Bett? Wo ist denn das Bett? Wann kommt denn das Bett? Wann kommt das Bett? Weiß ich nicht mehr. Äh, ab sieben. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Dann bin ich dafür, ein bisschen Krempel zu sammeln. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie lange ich diese Folge mache. Eigentlich würde ich die... Ich will jetzt nicht auf 20 Minuten oder so. Was ist da drin? Warum ist ja alles voll mit Metall? Äh. Äh. Okay. Hier drinnen möchte ich wohnen. Vielleicht. Okay, warte. Oh Gott. Ich stelle mal jetzt... Ja, ja. Lass mich... Nein, komm. Lass mal ein paar Stück herstellen. Und, ähm... Hast du dir deinen ersten Unterschlupf? Ja. Erschreck mich nicht so. Oh Gott. 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 Okay. Hier drin ist doch eigentlich gut, oder? Ja, komm. Ich finde hier bestimmt noch ein paar andere Ressourcen, oder was. So, dann lass uns mal... Das Schöne ist, hier wird man auch nicht gleich gesehen. Hoffe ich. Wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Njejeje. So. Okay, okay. Ja. Bim, 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 bim. So. Ich weiß noch nicht. Also, da kann ich natürlich nicht. Aber das ist blöd, dass man nicht... Kann ich das nicht noch machen, dass ich in Strukturen reinbauen kann? Na, das sieht ja toll aus. Ich habe noch ein Level Up. Und da gehe ich direkt einmal auf Gewicht. So. Und jetzt, lass mal gucken. Wir sind jetzt Level 6. Und, ähm... Das ist auch alles wunderbar und schön und gut. Ich will natürlich... Will ich schon, ne? Also, ich würde mir jetzt erstmal irgendwie gucken. Kann ich jetzt den Schlafsack? Ja. Das kann ich machen. Das heißt, ich mache mir den jetzt mal schnell. Dann würde ich gerne noch eine Kiste machen. So. Kann ich mir noch eine Storage Box machen? Nein. Ist aber alles nicht so schlimm. Ich will ja auch erkunden gehen. Pass auf. Ich lege mir mal den guten hier mal so drauf. Vielen Dank. Und mein Lagerfeuer kommt dorthin. Dann packen wir da gleich Holz. Äh, verkehrt. Holz und Fleisch rein. Dann lass uns das mal durchbraten. Ich gehe mir noch ein bisschen Stroh und so holen. Und dann, wenn ich alles habe und alles in die Kiste verstaut habe... Was ist das? Orange... Ich gucke gleich. Lass mich jetzt erstmal ein bisschen Krempeln mitnehmen. So. Babababam. So. Aber das mit dem Raptorius da eben... War ja schon... Das sieht ja krank aus hier, ey. Ohne Witz. Das ist hammerkrass. Mir gefällt das. Ich bin... Ich bin allerdings so ein bisschen nervös. Ich weiß nicht, was kommt oder passiert. Oh, Hammer. Also ich weiß nur noch gar nicht, wie... Wirklich ohne Scheiße. Ich weiß gar nicht, worum es hier geht und... Ich wollte gerade sagen, warum leuchtet das da drinnen jetzt? Hihihi. Ja. Mhm. So. Ruf Tata. Ah! Ich habe mich gerade sehr schwer verleert. So. Ist nicht schlimm. Ich nehme die S-Plus-Storage-Box. So. Inventory. Komm. So. Auf die vier. So. Jetzt könnten wir theoretisch schon ein Bett bauen. Das ist ja auch schön. Freue ich mich. Aber jetzt ist es zu spät. Leder hätte ich jetzt eh nicht genug. Das heißt, ich packe jetzt mal... Ich würde mir ein paar Bären... Ja. Aufbewahren. Guck mal. Jetzt haben wir hier schon 15 Minuten verballert für nichts. Aber meine Güte. Alles halb so wild. So. Ähm. Warte mal. Ich habe noch ein Level Up. Das bedeutet, ich gehe jetzt nochmal auf Gewicht. So. Und dann... Kann ich schon eine Bola? Würde mich tatsächlich interessieren. Bola. 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 Bola kommt, glaube ich, später, oder? Bola Up Level 9. Kein Problem. Warte mal. Was kostet denn ein Speer? Holz, Feuer, Stein und Fasern. Habe ich doch, ne? Oh, was ist das für Musik? Holz, Feuer, Stein und Fasern. Dann machen wir das mal. Oh, die Musik ist interessant. Sehr interessant. Das gefällt mir. Erster Eindruck ist super. Und... Dann gucken wir uns gleich einfach mal um, oder? Wir werden definitiv sterben. Das war ich aber jetzt schon. Aber dann ist das so. Okay. Bop, 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 bop. So, ich bin ja gespannt, ne? Ich bin ja sowieso so eine Verrückte. Hallo. Wie heißt du? H-L-A? H-L-N-A. 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 Nein, nein, nein. Ich bin jetzt brav. Ich rede ordentlich. So. Gut. Äh, wir schauen uns mal um. Lass mal gucken. Was kommt jetzt gleich um mich zu zerbersten? Ich höre doch hier in Argentavis. Da ist ein Dildo. Mach das denn, dieses Spiel alleine zu spielen. Ich bin ganz ehrlich. Ja, du bist tüchtig. Ja, du bist ganz tüchtig und sehr stark. Und ich werde dich jetzt umbringen. Sehr gut. Ich sehe zwar nichts, aber ja, meine Güte. Ich versuche es mal so. Gut. Okay. Erster Speer sind Moors. Ist egal. Dildo ist platt. Gibt es hier auch Sargos im Wasser? Ist das klug hier im Wasser rumzulaufen? Ich würde gerne fliegen. Oh, Junge, die Geräusche. Ich wollte gerne wissen, was ist das hier für eine Pflanze? Was bist du? Pilz? Ach, es ist das Stanni-Pilzholz. Okay. Ich würde gerne mehr sehen. Okay. Die Frage ist... Wie sieht es aus mit der Ranodons? Oh, lass mal gucken. Oh, sind die schön. Kann ich die mitnehmen? Okay. Ja, das geht. Das geht super. Das ist cool. Das freut mich. Oh, ihr seid hammerhübsch. Oh. Du bist wunderschön. Du bist so blau. Das finde ich geil. Oh, dieses Ding irritiert mich. Okay, lass uns mal ein bisschen auf die Socken machen. Ein bisschen erkunden. Ich war der Meinung, zweimal ein Agi gehört zu haben. Die Frage ist, kann ich mir merken, wo ich wohne? Warte mal. Ich laufe nochmal zurück. Ich lege das mal... Nein. Nein. Ich wollte gerne hier so ein paar Steine mitnehmen. Wenn die hier schon so bereitwillig herumliegen, oder? Eingetragen-Mission-Bereich. Was? Was? Wo schlau bist du? Äh, okay. Boah, ja. Das ist ja auch wieder witzig, ne? Ich habe keine Ahnung von nichts, aber... Naja, gut. Das nimmt es halt nicht. Ähm... Ja, dann wird es definitiv nicht so bleiben. Okay, da geht nicht. Da würde noch gehen. Kann ich noch eine? Ja. Die setze ich da noch mit ran. Warte. So. Dann bringe ich jetzt mal den guten Kram, den ich schon habe, hier weg. Warte mal, das kann... Oh, Pilze. Warte mal, was kostet Bett eigentlich? Kann ich schon? Warte mal. Kann ich schon? Ja, Tö-Tö-Tö ist wieder total... Äh... Nein. Doch. Natürlich. Hallo? Warte. Ich bin echt aufgeregt. Ich bin richtig aufgeregt. Und ich finde das so klasse, aber das Bett wird, glaube ich, zu teuer, ne? Und das braucht... Ja, natürlich. Gut. Wir haben dort nur noch eins. Es reicht alles nicht. Es reicht vorne und hinten nicht. Aber ich kann den restlichen Kram ablegen. Und dann würde ich vorschlagen, das kommt da rein, das kommt mit. Und das lege ich mir hier auf die 5. Und jetzt wollte ich... Achso, ich wollte mir mal markieren, wo ich wohne. Genau. Deswegen bin ich hier. Das war hier so, glaube ich, ne? Ähm, wo bin ich denn hier eigentlich? Kann ich dieses Bild verschieben? Nein. Okay. Das wäre auf der... Ja... 72... 73... Äh... Das ist auf der... Das ist auf der... 55... 73? Hausi. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ja, es ist gut so. Huch, Entschuldigung. Verzeihung. Gut, ich habe es markiert. Ich gehe auf den Speer und würde vorschlagen, raus mit uns. Erkunden wir das Ghetto der Dinos. Oh, Alter, ist das cool hier. Alter Schwede. Hier ist auch noch Sumpf. Ah, okay, hier geht es nur halt runter. Das ist ein mega Neuras. Wenn ich hier runtergehe, komme ich da wieder hoch? Und was ist das da hinten? Das würde ich mir gerne einmal... Wenn was Böses kommt, renne ich zum... Au. Bronto. Ich habe ja einen. Schlafsack. Hallo. Du bist Level 2. Wie sieht das aus mit Blutegeln? Wie sieht das aus mit Blutegeln? Haben wir hier Blutegel im Wasser? Hä? Okay. Ah. Kano-Time. Oh Gott. Hi. Hallo. Du bist schön. Okay. Psst. Äh. Was ist das? Was ist das? Hallo? Ich gehe mal gucken. Hallo? Ich möchte das nicht. Was ist das? Tschüss. Tschüss. Ähm. 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 Kann man die abschütteln? Hallo? Kann man die abschütteln? Sind die weg? Da ist der Kano. Man kann die nicht abschütteln. Was machen die denn? Aber. Was machen die denn? Und warum klingen die so? Tun die... Die tun mir jetzt weh, oder? Was seid ihr denn? Kann man denen nichts tun? Nee. Die können nur mir was tun, oder? Warum sind die denn so scheiße? Ich muss mal hier weg. Ähm. Pronto? Pronto? Eingetragen. Missionenbereich. Okay. Ja. Was ist denn das? Pronto? Kannst du mir mal helfen? Kannst du mir mal helfen? Du sollst nicht kacki machen, wenn du mich beschützen sollst. Pronti, die kommen. Pronto? Prontunio? Du bist Mädchen. Du bist den Prontini. Ähm. Kannst du mir mal... Bitte? Ja. Es ist schön, dass ich erschöpft bin. Wo sind die? Die sind da. Kannst du mir mal helfen? Ähm. Was macht... Wie kriegt man die denn weg? Gar nicht, oder was? Und wenn ich jetzt die Beine in die Hand nehme und richtig abdecke, bringt mir das was. Da hoch... Da geht's... Da geht's hoch zu unserer Möchtegern-Behausung. Okay. Gut. Ich lauf mal weg. Ich würde gerne... Oh, da sind noch mehr. Oh, die sind doch kacke. Das ist ein Kentro. Wenn ich ihm zu nahe komme, kriege ich mit ihm auch Probleme. Ne, das ist ein Stego. Okay, ich dachte schon, das ist ein Kentro. Gut. Dann nehme ich jetzt mal die Beine in die Hand. Ich snacke mal noch ein bisschen was. Oh, die sind ja scheiße. Oh, jetzt weiß ich auch, warum... Warum die ganzen... Oh. Jetzt verstehe ich das. Aber warum liegen hier die ganzen hübschen X-Raptoren rum? Ich muss... Ich muss mein Leder nach Hause bringen. Dann kann ich mir ein richtiges Bett machen. Was ist das? Das ist ein Kano. Ich höre das schon am Trampeln. Hallo? Warum läuft da oben an unserer Behausung jetzt ein... Oh, ne. Da krepelt jetzt ein Kano rum. Ich muss mal rumgehen. Ich gehe mal rum. Ich habe da schon wieder ein AG gehört. Was ist das hier? Ach, scheiße. Hat mir jetzt nichts gebracht, rumzugehen, oder? Nee. Das war voll nicht klug. Jetzt regnet es schon wieder. Warum? Herr Kano. Können Sie dann mal wenigstens einmal hier runterkommen? Hä? Du hängst da fest. Wie komme ich denn jetzt nach Hause? Wenn er da hängt, ist mir egal. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Hä? Wie, 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 wie? Hä? Warte mal. Ich muss einmal kurz gucken. Auf der Map. Jetzt bin ich so hart verwirrt. Ich weiß, ich wohne hier irgendwo. Aber wo? Da? Da wohne ich. Oh, bin ich bescheuert, ey. Läuft hier wieder besonders klasse. Gut. Gut, 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 gut. Gut. So. Okay. Gut. Also ich bin, muss ich ehrlich sagen, ich bin hin und her gerissen. Ich würde gerne unbedingt... Oh, das reicht genau. Perfekt. Ich würde wirklich gerne alles irgendwie erforschen. Holz fehlt uns noch. Oh, ärgerlich. Erforschen und sehen und machen und tun. Aber auf der anderen Seite möchte ich mir auch gerne ein bisschen was aufbauen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist verständlich, oder? Jetzt reißt er den Baum ab. Und ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, wenn ich hier in der Nähe bleibe. Äh, in diesem Unterschlupfsgedönster. Weißt du? Weißt du, was ich meine? Wir nehmen uns schöne Ressourcen mit bis zum Erbrechen. Ich will einen Petri. Ich will einen Petri haben und zwar schnell. Ich will fliegen. Oh, ich schwöre euch, ich habe doch einen Argi gehört, Mann. Und ich hoffe, hier kann nichts reinkommen. Das wäre so gut. Oh. Okay, wir sind bei 27 Minuten. Das ist ja jetzt... Näh. Ja. So, S plus Bett. Gut. So, Leder und den Rest sammeln wir alles. Perfekt. Dann habe ich jetzt das Bett und... Also den Schlafsack und das Bett. Oh, da freue ich mich. Das ist... Für mich ist das sehr viel wert. So. Gut. S plus. Wunderbar. Ja, 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 ja. Also. Ich sage es nochmal, ne? Also ich habe jetzt... Ich bin nicht viel schlauer als vorher oder so. Ich weiß nicht, worum es hier geht. Was wir hier tun müssen. Das mit den Missionen möchte ich mir gerne ansehen. Ähm. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, wenn ich mich jetzt in ein anderes Biom switche oder so, ob ich dann auch so wieder zurückkomme. Ich habe kacki gemacht. Ähm. Würde ich gerne in der nächsten Folge mit euch ausprobieren. Ich will auf jeden Fall jetzt... Was? 606 Ecke? Was? 300? Was ist denn das alles? Ich habe es noch nicht verstanden, aber ich denke, ich werde das schon noch rauskriegen, oder? Geil. Es geht um Blau gegen Rot. Das Team, das am Ende des Timers das höchste Ergebnis hat, gewinnt. Aber was für ein Team? Dodoball. Pickup. Spiel. Zwei Minuten. Mission verfolgen. Ich glaube... Ja, ich glaube, wir gucken einfach mal, wie wir das am besten machen. Ne? Sumpfbium. Okay. Ich bin auf jeden Fall verdammt nochmal gespannt. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Oh ja, ganz... Oh ja, geil. Ganz viele Explor... 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 Vielen Dank.